Jetzt startet der Sommer nochmal richtig durch. Über Mitteleuropa baut sich ein Hoch auf und liefert täglich 12 bis 14 Sonnenstunden. Die Schönwetterphase könnte sogar bis Mitte September andauern. Am Dienstag geht's los mit viel Sonnenschein und Temperaturen von 22 Grad in Küstennähe bis 29 Grad im Großteil des Landes. Nur in den Alpen drohen ab Nachmittag geringe Schauer. Und am Mittwoch steigen die Temperaturen noch weiter auf 27 bis 33 Grad. Aufgrund der Sommeraussichten haben einige Freibäder bereits die Saison- und Öffnungszeiten verlängert. Der Badespaß ist also auch nach dem meteorologischen Herbstanfang am 1. September gesichert. Untertitelung. BR 2018